... für Mike, den Bot. Oh Gott, dies... Oh, die kann ich voll schnalzen, Alter. Ja. Boah, Alter! War so drauf. Ich war so drauf. Ich versteck mich jetzt einfach. Oh Gott. Geh weg. Alter, ich bin nicht mit Schneidzimmern, mit Mike. Ich hab mich nicht mehr beweegt. Let's go. Der Terrorist... Mein Gott! Ich bin nicht mitgekommen. Wir mussten jetzt nicht gewinnen lassen. Der Terrorist gewinnen. Das ist alles jetzt noch. Boah, wie kann man sich nur so hart gönnen, Alter? Der Terrorist gewinnen. 50 oder so? 50, jo. Let's go earn our pay. Spiel die USP verdammt selten. Terrorist win. LOL! Echt? Ey, flipp mir gleich aus! Brett! Let's go, let's go, let's go! Ich will nicht den Charlie abschreiten. Weil? Heil doch um. Fetter Rauch vor dem Bildschirm, das zählt nicht. Let's go, let's go. Alter, was, 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 was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Alter, ich habe dreimal...